Der Valkyrie. Wir alle sind müde. Wir haben alle gelitten, haben Kameraden und Freunde verloren. Sie sollen nicht umsonst gestorben sein. Der Sturm hält die feindliche Luftflotte am Boden, aber nicht mehr lang. Wir mögen das letzte Schiff sein, doch wir gehen nicht kampflos unter. Wir steuern gen Westen. Wir nehmen das Flugfeld im Schutze des Sturms ein und sichern die Straße von Singapur. Siegt mit Tempo und Mut. Dieser Sturm wird uns nach Hause tragen. Willkommen zurück, meine Freunde, bei Battlefield 4. Heute müssen wir das Flugfeld erreichen. Mit die Straßen von Singapur sichern. Hast du diese Knallpistole? Ja, klar. Weiß jemand, ob der Sturm noch hektiger wird? Keine Ahnung. Ich könnte in der halben Stunde abschauen. Ich würde eher wie ein tropisches Tief, nicht wehzeit spüren. Was heißt ein Taifun? Du würdest es ein Orkant nennen. Wir werden diesen Plan trotz des Sturms umsetzen. Wenn die Rakete daneben gehen, müssen viele Menschen bleiben. Tracker, direkt voraus. Ganz sicherer Abstand am Strand. Ringo, Ringo! 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 Okay. Ringo! 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 So, da wären wir. Raus da! Okay, wir kommen nicht mehr ans Boot. Ich kann nicht mehr schießen, alles klar. Ach, das sind unsere Leute, darum nicht. Haha! Wow. Okay, Leute. Nummer eins. Wir sind in Freitbeschuss festgenagelt. Wir sind einsatzberecht. Achtet auf Eigenbeschuss. Oh, Granada. Das ist unsere Unterstützung. Komm her. So. Da drüben ist irgendwo diese MG. So. Okay, kurz nachladen. Wow, 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 wow. Heftig. Haben wir eine andere Waffe? Haben wir eine andere Waffe? Wir haben vielleicht noch eine andere Waffe. Nicht die ganze Skar nehmen hier. Wieso habe ich den Revolver als Sekundär? Aber dann nehmen doch lieber mal die M4, oder? Genau die. So. Okay, den haben wir. Kurz nachladen. So. Die MG hätten wir... schon mal weg. Das sind unsere. Das sind auch unsere. Wow, hi. Zack, zack. Granada. Stopp. Was ist denn hier unten? So. Wir gehen mal hier über die Felsen. Granada. Okay, der Panzer muss überleben. Habe ich so das Gefühl? Wow, Leute, 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 Leute. Leute, 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 Leute. Wir gehen mal hier. Okay, feindliches Fahrzeug direkt voraus. Denn die Fahrt ist gesichert. Okay, dafür war es wahrscheinlich gut, dass der Panzer überlebt hat. Munition eingesackt. Und jetzt die Straße von Singapurs sichern. Es ist eine Waffe. Kiste! Jaaa! Erreich das Flugfeld? Aua! 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 Alter! Okay. Ja, schade. Ich wollte auf dem Panzer. Gut. So, hallo. Das ist doch einer, oder? So. Wir haben keine Verwendung! Geschissener Spielzeugfunk! Wie wär's man mit vernünftiger Ausrüstung? Wir werden auslöscht! Komm her! Hol das Lichtgerät raus! Sie nach, womit wir's zu tun haben! Ja, gleich, Mann! Wo? Okay, schade! Hol das Lichtgerät auf Wraker! Jagen wir sie in die Hölle! Ich seh' nix! Da ist auf jeden Fall ein Tunnel und der Tunnel ist gut bewacht! Wär auch Mist, wenn's zu einfach wäre! Wär auch Mist, wenn's zu einfach wäre! Wow! Wir sind in die Hölle! Wir sind in die Hölle! Eine Unterführung! Wir fahren zu den Panzer! Geh doch mal drauf. Ich sag mal, kann der Panzer überhaupt was? Ach. Nehmen halt der M4. Hier rennen alle hier rüber. Könnt ihr den mal... Das gibt's doch gar nicht. Uaaaaaah. Ja. Naiss. Woa. Sauber, naiss. Okay. Weiter geht's. Weißt du noch einer, oder? Woa. Kommt der hier gerannt? Kommt der hier gerannt, oder? Tschau. Danke. Alter. Boah, das war ein Treffer. Kannst du mal zur Waffenkiste mal dahinter legen? Der Panzer nervt halt, ne? Der Panzer nervt richtig. Ich hab auch... Ich hab keine Gadgets. Ich hab keine Gadgets. Er ist da. So. Die gute Eidämpf hier. Weg, warte! Ich warte her. Ambos einen Weg frei machen. Henna, röpp zurück! Okay, danke! Oh! 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 Das war die Henna. Hat die auf mich geschossen, oder was? Oh Gott! Alter! Alter, 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 alter. Wie oft habe ich jetzt Alter gesagt in einem Satz? Keine Ahnung. Danke! Das war einfach nur Reflexgranatenwurf. Hat er nicht viel mit dem Krieg zu tun? Kurz mal schauen. Ist hier irgendwas? Wow! Shanghai Airport! Da müssen wir hin, zum Flugfeld. Okay, dann gehen wir da mal hin. Oh! Hi Freunde! Den Panzer mal kurz durchlassen hier. Wow! Okay, von wo kommen? Was? Oh, alter. Okay, alles klar. Ciao! Komm her! Ah! Ich hab gesehen, dass der was geworfen hat, aber... Ah! Komm her! Ach nein! Boah! Das nervt ja! Da! Toi! Super! Nachladen! Das ist, was wir machen! Ich hab' den. Oh! 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 Kann ich. Cool. Alter, hat der einen Mörser da hinten? Die kleine Ratte? Ha? M4? Ha 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 ha. Hast du geschrien, ne? Das hat dir nicht gefallen. So, Waffenkiste. Alter. Das Ding ist safe. Gesichert. Scheiße, Mann. Leck mich. Hi, Freunde. Ach, das sind unsere. Ups. Ja? Ernsthaft? Hey, Alex. Take it up, baby. Du weißt an hier, so was ich hier. Ernstchen, jetzt raus. Begültete von los. Starts, Runner. Hier, Runner 1. Schön, euch zu wählen, Südstand. Nice time. Okay, dann rein in die Stadt. Arme rein. Übermacht alle Sektoren und geht auf Rückendekon. Runner 1, Ende. Racker, pack. Verkültete Treisse. Runner 2. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Wartet mal kurz. Oh, Scheiße. Ja, oh, Scheiße. Tralala, hoppala. Hast du nicht gesehen. Eine Feuerantwortet Flugabwehrraketen. Ja, gut. Flugabwehrraketen vielleicht nicht unbedingt. Panzerabwehr klingt vielleicht besser. Und dann raketen wir aber zur Fahrzeugabwehr. Gut, okay. Ja, komm, komm, komm. Geh über die Flanke, Rack. Die Wand erfolgt noch tief. Alter, was ist denn mit ihm da? Ist das hier ein Feind? Da kommt der Feind. Ah, cool. Hi, Freund. So, und wer bist du? Boah. Lauf nicht weg. Okay, was habe ich denn jetzt hier? Kann der, kann der schießen? Oh. Alter, ist da. Was schießt denn der hier noch? Ich weiß nicht, ob was der da noch schießt. Okay. Gut, wir machen weiter. Da ist tatsächlich, tatsächlich hopp da noch einer. Schmackpanzer. Hi. Ciao. So. Alter. Da ist er. So, den hätten wir. Ich sehe ganz wenig. Ich glaube, ihr auch. Hier links. Gut. Ich glaube, hier kann ich aber meinen Panzermann ein bisschen reparieren. So, dass ich das richtig sehe. Dann müssen wir mal hin. Wo? Boah. Okay, andere Seite. Mist, der ging vorbei. Wo willst du denn? Zack. Okay. 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 Weiter geht's. Da müssen wir nicht lang. Da müssen wir nicht lang. Ich überlege gerade. Ich eroire gerade. Wo wir hier lang fahren. Und... Okay. Döööööö. Ähm. Ähm. Hier lang. Nichts! 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 Oh! Hi! Ah! Schieß doch ruhig deinen Weg! Oh! Alter! Okay! Entgegner oder was? Bossfight! Das wird ne epochale Sprengung, Freunde! Ne? Äh... Kommt auf Zufassel von uns rein! Sieht auf Flut! Wow! Mehrfach kill direkt! Nice! Guckst du oben noch was? Gegner auf dem Partion! Ja! Hi Freund! Hahahaha! Das ist ja wie Tontaugen schießen! Was haben wir denn da? Wer kommt her? Echt nicht? Was steht denn da? Da stand einer! Der hat rausgeguckt! Okay, jetzt wirds kritisch! Okay, jetzt wirds kritisch! Okay! Dann nehmen wir mal lieber der gute alte Ska! Dann suchen wir mal einen Kontrollraum! Ja, ich hab's gefunden! Ja, ich hab's gefunden! Los, jetzt verschwinden wir! Ja, ich hab's gefunden! Mit einem Tanzer, oder? Oh! Oh! Ich sehe dich doch! Gott, geil, ist doch nur Bronze. Wow. Ja, hi. Alter, die arme Sau. Was, wo? Auf der anderen Seite des Einkaufszentrums, okay. Hi. Oh. Ja, also holen Sie den verdammten Park. Okay. Was ist das? Oh, da ist ein Panzer oder irgendwas. Helipanzer, keine Ahnung. Wir sehen es in der nächsten Folge. Ciao, Leute. Und dann? Und dann?